und dann kommen wir zu mir haben ja auch wird zu brennen aber ich sehe ich sie so gut wie gar nichts war ja komm mal zu mir bitte wieso ja äh die zehn jorden wo bitte geht es hier nach hollywood die haben anzunehmen aber nur in der Europäischen Union auch wenn ich weiß sind aber es ein paar möglich war wer weiß und die Befälle und sagt, ey, dass ich ihm auch nicht mehr wie es, wo es lang geht und dann was geht dir heute, das ist total nicht mehr so ja aber ich habe, Alter, ich brenne immer noch warum? Scheiße, ist das denn? Und ich bin nicht, oh Gott, da schon also hier ist unser, unser Dings Hallo, wo bist du? Hallo? hinter dir die Lohn können einfach mal so, die Lohn können einfach mal so, von Kiezen, ey oh fuck, hier und ist einer oh fuck, oh fuck, 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 ich hab nicht mehr anfangen zu brennen, oh scheiße, warum du brenst ja schon, bist du total kommit, hier hinten, wo? ja, genau eigentlich, der würde ich mal bitte da war mal was, oder wie? ich kann es mal ein bisschen einbauen, ich bin mir leid warum? also meine Feuerresistenz hält nach 6,27 und jetzt habe ich meine zweite Bestellung, ich muss sie jetzt umsetzen, meine dritte jetzt muss ich hier erstmal die Lohn, auch mit euch was ich einfach nicht mehr aufzubrennen, das ist ja Wahnsinn wirklich, ich habe die Lohn einfach nicht mehr weg und ich weiter brenne, oder sieben Minuten, so muss ich ne, sieben Minuten, so muss ich jetzt dann muss meine Feuerresistenz enden ich werde voll wahnsinnig mit diesem blöden, verfickten Lohn, ey komm, hör auf zu brennen hör auf zu brennen hör auf zu brennen dann ich möchte nicht, warum? was hat mich gestellt ich bin schon auch schon mal aber ja ja also ich bin eingebautet ja ich habe mich eingebaut okay auch und hier ist es ist ein bisschen an muss sich noch weiter ausbreitet worden ist dass man länger ich habe echte Probleme bis zum Ausmaß ich vermute mal da wo ich sie auch gar nicht ich habe mich selbst am drei feuerreise Tränke sind zu wenig eindeutig wie der hell zu wenig oder was weil die halten sie nicht haben auch noch fünf Minuten 4 Minuten 2.5 Minuten 6 27 ja schön aber wir sollten mal zu sehen dass wir langsam wieder rauskommen ja immer ein Mann und so weil ich kann nicht ja wenn ich bist wo ich vermute mal ich hier und unser Weg ist abgebrochen da wo du praktisch raus bist und in Ordnung vermute ich mal keine Ahnung weiß ich momentan nicht ich kann doch gerade nicht helfen weil ich kann immer noch um eine Hände nur noch sechs Minuten mehr krank nicht nur mehr ich bin und ich habe meine neue Kacke mir auch mal zu brennen ach so einmal mit Wasser dabei in der Nähe sagen du bist du bist du bist du bist und ich muss hier weg ich muss hier weg ja komm 5 Minuten 3 habe ich nur um hier weg zu kommen ja eben die Frage ist wohin ich schieße ruhig zu verlieren wollte doch nicht nicht die Frage ist einfach wohin müssen das weiß ich nicht einfach verschwunden hier ist ja noch an hier ja ich wusste ich in den Entschuldigung aber das ist wenn man sich hier in der Festung der Regie den Marken macht den Weg machen das Marne Marken er ist so jetzt ist es nicht schön wird sich immer weg hier und was wird nur noch in der normale Welt nach der Stadt das Wasser verstehe ich ja wie gleich schnell und die Kinder im Moment gar nicht klar es ist das zu einem Schild auf Prozent und keine Rückschauverlust nehmen denn hier ist ein Stück und alle das ist eine Frage nicht ich kann ihn an die Kälte ich mag ihren oder großen das schon an nur noch nicht so ein bisschen aber nicht so ein bisschen nervös macht es einzig und alleine das Wasser auch anders haben als die Schmerz ist das sehr schnell 425 noch st wenn sie immer noch ja ich bin immer noch da hat da ist alter wie sieht unser Weg hier aus ja ich habe auch gehört zu brennen okay ich komme wieder zurück wie sieht unser Weg hier aus war ganz im Ernst Alter das ist ja völlig im Arsch an welcher denn drei Jahren Kieschen rauskommst aus unserem Übergang aber es habe ich mich verletzten Prozent das sei nicht wenn ich an die Dauer gebeten musste ich auch und ich war es an der Ersatzung der Welt das erbaut wo es jetzt der Weg zurück und ich habe den Weg und die ich sie den Weg zurück nicht mehr also die Sitzmann hier Prozent hallo Pallot als das ist er jetzt haben wir keine Fakten platziert ja genau und ich habe keine mehr nach dem ersten das ist nicht möglich ab aber das ist das macht das Wort und hier aber es ist immer ein paar Pakenland die und dabei so Park das war mein Mann und ich habe es auch keine mehr wenn wir eine Bitte wenigstens von Norden Mann scheiße jetzt habe ich das geschlagen doch nicht gespielt das ist der er hat er in den Mann in der Weile doch ich habe mich in die Richtung wissen was da ja alles klar die Stattet ist er ich glaube aber ich glaube dass ich nicht denke dass sie sich das hält so lange wie in der Lava bist das heißt wenn du sieben Minuten dreißig in der Lava bist grenzt doch noch sieben Minuten dreißig lang das kann durchaus sein so komm go 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 nach Hause ey sehr zu potzen ja ich hab dich doch noch überholt scheiße jetzt bin ich auf M gekommen ja 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 scheiße wird scheiße scheiße das mein Kopf ey ach oh Ui Ui ich bin nicht äh alter Hahahaha du hast zu viele Tränke getrunken das Will was du hast zu viele Tränke genommen das Will du musst du schon mit und da ja wir müssen auch das ist der Moment müssen die Tränke wegpacken, dass du nicht versehentlich einnimmst Nein, dann muss man die Ziele machen, damit man nicht versehentlich da oben dauert und jetzt wir unterspringen so wie ich, dann aber ein bisschen weiter nach links ja, 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 ab in die Lava es war das ist auch nur ein Geist, der will auch nur Geist sein ich bin, 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 ich bin fang mal nicht an Rassist zu werden, geringe Kapverloffensack wer ist er hat dann wird er aber ja das ist ein der Ereignisse haben wir auch das war aber erst so zieht die Wienmannen war er wegen dem zu verlaufen ich habe vergessen was zu betrachten wird mir geht aber nicht was sind sie ist dafür hier mehr und ich selber schreibt bei genau 1 immer den Weg um alles schön können da ist er aus ja hat er nicht so soll er nicht mehr als Treppen er ist schon okay r für meine freundlich ist gerade zu Ende ich will jetzt nicht mehr machen ja danke, meine ist auch gerade zu Ende aber ich habe mir trotzdem noch Gastraining geboten ja, danke ich habe mich geholfen, also darf ich auch ja, das ist schon okay hier ich muss mich sagen, das ist nicht gesagt, du brauchst Sehensand nee, brauche ich nicht mehr, hab ich jetzt, danke ja, hast du Sehensand ja, 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 oh ne ja, Sehensand Sehensand, ja ja, Hammer oee noi, wir haben ihn zum Beispiel ja, den kannst du ja raus schmeißen äh Diener als erhebe 0 er hat er in der Nacht ja aber ich sollte heiß ja und er ist bei der Nasein und er machte man diesmal nasser sind denn sie sagt wenn sie die anrufen uns wir haben alles will ich jetzt mal kurz was ist viel Spaß nehmen wir es auch abrufen weiter auch nicht auf der Fertig die Stimme schlug und er ist auch ja er in einem Kurschen auch auf der sich auf der sich auf der sich sicher ich habe den Niedersatz an wo er schickt was soll ich schickt Prozent mir sind erst dran und danke es ist ja eine Kommerade er ist angekommen aber nicht alles schwarz schalig ein reihe sicher die Erwanderung wenn du wirst aber ich sehe ich bei der Meinung nach rechtsklicken nur mal geil mit ihr haben heute Reino eigentlich ist Prozent ich komme nicht mehr aus ja das ist nicht wahr und ich bin bei jetzt von Gott ist an die Schrausse hat keine Ahnung Prozent auf die Sorge sind erhält das erste Mal als ein Zeug und die Dutzigkeit ist aber alles ist es ist ein guter und krägte von der Faktor ist sie in die erste Zeit tut nein kann ich am Ende haben einiges hat sie mich auch mal aber dann wollte ich ins Gesichter machen aber schon wieder vorbei ja jetzt kann ich mir überlegt so jetzt gehen wir abend aber sie ist danach eine Aufnahme und dann machen wir die Aufnahme beendet Ja, jetzt muss ich erstmal hier das Skelett plattmachen und mehr von meiner Tür auf die Nase. Oh, Alter, haben wir für heute genug aufgenommen, ey. So, okay. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zur nächsten Sitzung. Oder sehen wir uns. Ciao.